Die besten Kinofirme, brandheiße Serien, die größten Franchises, unvergessliche Klassiker, die größten Frischfutter, aktuelle Neustarts und setzen sich in ihrem Format Streifzüge tiefer mit einzelnen Produktionen und Phänomenen auseinander. Bei den Filmgorillas treffen ganz unterschiedliche Typen und Meinungen aufeinander. Branchenkenner Steven, Schauspielass Maria, Filmnerd Daniel und Kinofan Silke. Ihr gemeinsames Lebenselixier, die große Leidenschaft für bewegte Bilder. Du willst wissen, was im Film- und Seriendschungel abgeht? Einfach Filmgorillas abonnieren und die Glocke aktivieren. im Film- und Seriendschungel Desenfusen Vielen Dank.